Vielleicht wird Dagmar Belakowitsch jetzt auch darauf Bezug nehmen, sie ist Sprecherin für Arbeit und Soziales der Freiheitlichen. Damen und Herren, die Sie dieser Debatte noch folgen können, nach der Kabarettvorstellung der Frau Klupper, Frau Maurer, hat der Herr Bundesminister sich hergestellt und hat dann erklärt, wie gefährlich nicht alles ist. Aber die Bundesregierung hat ja jetzt eh alles unternommen und das wirkt jetzt alles, hat er dann in seinem Schlusssatz gesagt. Grandios, das heißt, wir können ja sagen, es gibt eh keine Probleme. Mitnichten ist das so. Herr Bundesminister, Sie und Ihre grünen Vorgänger haben unser Gesundheitssystem an die Wand gefahren. Sie haben Milliarden hinaus gepfeffert für sinnlose Maßnahmen im Gesundheitsbereich, für Masken, die keiner gebraucht hat, für Impfungen, die keiner gebraucht hat. Das ist übrigens Geld, das uns heute im Gesundheitssystem fehlt. Und jeder und jede, der krank ist, einen Arzt braucht, weiß, wie schwierig es heute ist, überhaupt eine Kassenstelle zu bekommen, also einen Termin bei einem Kassenarzt zu bekommen. Herr Bundesminister, das ist Ihre Verantwortung. Die Krankenhäuser sind, die Betten sind gesperrt. De facto ist jedes zweite Krankenhaus gesperrt, weil das Personal fehlt. Das ist alles Ihr Versagen in den letzten fünf Jahren. Aber jetzt kommen Sie her und erzählen irgendwas von der Hitze. Wahnsinn, es ist im Sommer heiß. Es ist ja Wahnsinn. Also die Schulkinder, die sich in den letzten Schulwochen gefreut haben, dass sie am Nachmittag ins Schwimmbad gehen durften. Wahnsinn, weil es hatte über 30 Grad. So etwas hat es ja überhaupt noch nie gegeben. Und dann gibt es auch noch Hitzegewitter, meine Damen und Herren. Das hat es immer gegeben. Das wird es auch immer geben. Da wird es auch nichts nützen, wenn Sie in Ihrer grünen Ideologie, und die Frau Kollegin Herr hat es ja auf den Punkt gebracht, es geht hier nur um Verteilung. Sie wollen alles neu verteilen? Eine Umverteilung. Und dafür gibt es diese ganzen Green Deals. Und da werden wir nicht mitmachen, weil es ist die arbeitende Bevölkerung, die dafür sorgt. Und nicht die Bundesregierung hat irgendetwas geleistet oder umgesetzt. Bei Bezahlt haben es die Bürger. Ihren angeblichen Ausstieg aus Gas müssen die Bürger teuer bezahlen. An der Zapfsäule müssen sie es zahlen. Bei den Energiekosten müssen sie es zahlen. Und dann können sie sich natürlich keine Klimaanlagen leisten. Im Übrigen habe ich auch keine Klimaanlage zu Hause, weil ich es nicht für notwendig erachte, weil man sich ganz anders schützen könnte. Und es ist, glaube ich, es wäre jetzt einmal sinnvoll, den Leuten zu sagen, ja, es ist Sommer. Und im Sommer ist es heiß. Und das war schon früher so. Das war schon vor Hunderten von Jahren so. Nein, früher war es im Sommer kalt. Da ist der Schnee gefallen. Haben Sie recht? Es gab tatsächlich Sommer, nämlich so im 16. Jahrhundert. Da waren dann die Obstbäume abgefroren, die Weinreben abgefroren, weil im Juni noch meterhoher Schnee gefallen ist. Aber gehen wir zurück ins 21. Jahrhundert. Und ich lade Sie alle ein, meine Damen und Herren. Fahren Sie mit mir durch die Wachau. Da sehen Sie ja nahezu jedem zweiten Wohnhaus so Markierungen, wo die Hochwasser denn gewesen sind. Beginnend im Mittelalter, bei vielen alten Bauernhöfen kann man das tatsächlich noch sehen, dass da im 13. Jahrhundert Hochwasser gegeben hat. Und das letzte Hochwasser in der Wachau, das war 2013. Und dann ist der Hochwasserschutz gebaut worden. Und ich glaube, man muss auf die Gegebenheiten einfach richtig reagieren. Es wird uns nichts nützen, wenn wir jetzt irgendwie renaturieren wollen. Dann haben wir weiterhin Überschwemmungen, weil die werden wir nämlich auch dann nicht wegkriegen, wenn die CO2-Steuer noch teurer wird. Weil das ist nämlich nur ein Schröpfen der Bevölkerung. Und das ist genau Ihre Art von Politik. Und dann kommt die Frau Maurer mit dem schönen Satz, die Wissenschaft, das finde ich immer so besonders toll, die Wissenschaft und die Experten, spätestens seit Corona wissen alle Österreicher, was das bedeutet. Aber da kann man sich immer ausreden. Wenn man nicht weiter weiß, wenn man eine Ideologie durchdrücken will, wenn man den Leuten etwas aufs Auge drücken will, dann redet man sich auf die Wissenschaft aus. Und das ist aber nicht das Thema, um das es hier geht. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas, meine Damen und Herren, von vor allem der linken Reichshälfte, die ja diesen Green Deal so grandios findet. Aber auch die ÖVP, auch das hat natürlich Gründe, weil es ist auch ein riesengroßes Geschäft, da mitzumachen. Natürlich ist das auch ein Geschäftszweig geworden, diese ganze Klimahysterie, die hier abgeht. Da haben wir dann die Klimaterroristen, die sich auf die Straßen geben, weil sie angeblich etwas für das Klima machen. Sind übrigens diese sogenannten Klimakleber Ihre Vorfeldorganisation, denen Sie ja die Mauer machen von den Grünen, auch Sie, Herr Bundesminister, die Stonehenge, das älteste Kulturgut am europäischen Kontinent zerstört haben. Das sind Terroristen und die haben überhaupt nichts mit dem Klima zu tun, sondern da geht es nur darum, unsere Gesellschaft zu zerstören. Und daher sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, wenn Sie tatsächlich Klimaschutz wollen, dann müssen Sie das Problem einmal an der Wurzel bedenken. Österreich wächst jedes Jahr durch ihre unkontrollierte Massenzuwanderung. Das bedeutet mehr Wohnraum, mehr Bodenversiegelung, mehr Hausbrand, mehr Ressourcenverbrauch, mehr Ressourcen für Infrastruktur. Daher sage ich Ihnen, wenn Sie tatsächlich Klimaschutz wollen, dann müssen Sie auch für Remigration eintreten. Denn Remigration ist auch eine Lösung für Klimaschutz. Ralf Schallmeiner ist Gesundheitssprecher der Grünen. Ralf Schallmeiner ist ein bisschen mets lapverläuran. Vielen Dank.